Ich fisch den jetzt, Alter, ich schwör. Ich angel den. Was ist das denn? Was? Dieser Bug gerade, Alter. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem ganz neuen Spiel auf diesem Kanal. Heute gibt's mal eine Runde Raft. Ja, das wurde ja vom lieben Jack gewünscht, dass wir das mal eine Runde spielen zusammen. Und wir haben es jetzt nach ein paar Minuten ausprobieren geschafft, beide in einer Lobby eben zu sein. Mal schauen, wie es läuft jetzt gleich. Ich würde sagen, wir starten gleich mal, oder? Ja, hau rein. Start the game. Du weißt, wie das Spiel funktioniert. Ja, ja, ich habe schon grob gesehen. Was bist du? Du wirst in den Baum stammen. Du auch? Oh, Alter. Top-notch, Alter. Top-notch. Warum bist du so klein? Ich glaube auch. Okay, das sollten sie eindeutig noch anpassen. Schon irgendwie, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir schnabbeln uns mal ein bisschen Müll. Zeug. Ja. Es ist kein Müll, das ist wertvolles Equipment. Guck mal, da hinten, ähm... Das ist Dirk. Wie nennen wir den Hai eigentlich? Ja, eben, das nennt ja jeder anders. Wir sollten den Hai nennen. Nennen wir ihn. Nennen wir ihn, Jack. Genau. Jack, du hast einen Ehrenplatz in unserem Spiel, du bist der Hai. Heftig spannendes Spiel auf jeden Fall. Als die ersten Minuten, ey, unbedingt. Fuck. Du musst voll timen und so. Ja, schade. Ja, beide. Nice. Nice. Die Blätter, wir brauchen ganz viele Blätter. Oh, ich bin auch voll schlecht im Werfen. Oh, der hat es aber gecatcht. Ähm. Oh, Alter. Junger Gott. Jetzt lass mich doch auch mal was. Ah, du musst doch mal was machen. Hä, du musst dann zeigen, dass du das auch kannst. Da muss, da musst du das jetzt timen, Alter. Jawoll. Ich nehm noch das Blatt mit, fuck. Easy. Lass mal irgendwie erstmal irgendwas craften, so hammermäßig. Ich hab'n Hammer. So, okay, wir haben Wasser. Wir können was trinken. Ha, geklaut. Dieser Arbeiter, der hat sich gegönnt, der Töte. Da haben wir jetzt schon Wasser-Dings zum Kochen, gell? Genau, da kann man Wasser trinken, dann kannst du so eine kleine Kanne-Dose bauen. Aus dem Eiszeug und dann kannst du da mal Wasser kochen. Wie komm ich hier ins Menü oder sowas? B, 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 B wie Buch. Ich als erfahrener Vs-Spieler weiß natürlich, dass man bei sowas am Anfang immer B drücken muss. Mhm, ja. So, was haben wir denn hier alles? Aha. Rope. Ich mach' noch ein paar Ropes. Zwei Stück, gleich hier. Du kannst auch, wenn's nah vorbei fliegt, aber eh drücken. Dann sammelst du's auch auf. Und, hast du das Fass? Easy. Du hast dich gegönnt, Alter. So, soll ich mal so ein, ähm... Äh, was weiß ich grad, Cooking Station? Soll ich sowas mal machen? Ja, bauen wir eine Cooking Station, das ist ne gute Idee. Nice. Ich erweitere mal gleich noch ein bisschen unsere Plattform hier. Geht ja gar nicht. Easy. Brauchen wir hier so die Richtung, so. Ne? Auf jeden Fall. Uh, oh, oh, oh. Wir brauchen so'n Speer, um den zu killen, Alter. Ja, ich merk's. Aber ich hab' ihn glaub' ich fast. Jörg? Jörg? Fast für Jörg, bist du doch? Jack, Mann. Äh, Jack, sorry. Neuer Jack. Wir haben ihn ja nicht juggelt. Also, ich geh mal ein bisschen, ne? Ciao. Was? Du weißt, dass der ja nicht dann angreifen kann und töten? Ich weiß. Ich brauch' Wasser. Ich werd' lustig hier. Ja, dann... Brau' dir so ne Dose. Also, drück' B und geh' ganz unten. Das letzte... Item halt. Hm. Aber ich brauch' noch einen. Einen Scrap. Ja, meins. Dann... wieder einen Scrap. Äh, der weil ich kurz tatsächlich... Ah, mir fehlt ein bisschen Holz. Ich brauch' Holz. HNO! Oh mein Gott, ich bin ein... Wieses, Alter. Warum hör' ich mich eigentlich so weiblich an in dem Spiel? Ist das bei dir auch so? Ich hab' den Spieß-Sound aus. Au, ist ganz schwach. Du kannst dann trinken, hast du... Perfekt. Das solltest du immer mal wieder machen. Mehr trinken. Geht halt echt schnell weg. Ja. Sehr schnell weg. Verhunger ich oder ne? Ich weiß gar nicht. Ob die Anzeige grad voll oder leer ist. Ser Pace... Diet. Ist gestorben. Da steht Ser Pace Diet. Links unten im Chat. Wieso? Wie heißt du? High-Ref, oder? Glaub ich. Vielleicht heißt sie auch so Pace. Jetzt bist du auf alle Fälle weg. Echt? Hä, bei mir leb' ich aber noch. Also, ah, da wirst du... Ja, dann hast du dich grad nur... Äh... Versteckt. Toll. Tu dir mal eine Macrile... Äh... Aufs... Krill-Ding, ne? Mhm. Ich glaub ich kannst du auch runternehmen dann. Also, bei mir liegt da nichts drauf. Okay, dann musst du dir selber was drauf machen. Sad life. Oder was wir machen können ist, äh... Warte mal. Richtig Magic und so. Alter, ich brauch 8 Holz. Holy shit. Toll. Na, wir sollten uns bei allen, was Holz angeht. Wir brauchen... Gear Holz. Weil ich hab meine ganzen Sachen verloren. Also, ich bin tatsächlich geschorben. Wow. Ist mein Becher auch weg? Sein, ja. Meiner, der da dran ist. Es ist ja lustig, dass man nicht mehr mitbekommt, dass man stirbt. Alter, es ist dunkel. Verdächt' so. Ich brauch Holz. Ich brauch ganz viel Holz. Ich will ne Kiste craften. Weil dann können die... Dann können die nämlich auch Sachen scheren in dieser Kiste, glaub ich. Wir brauchen so ne Standing Lantern. Sicher? Ja, natürlich. Sonst sehen wir nichts. Ja, ich kann die Kiste craften. Äh, jetzt testen wir dann aber noch, ob du auch auf die Kiste zugreifen kannst. So. Robi? Pack uns was in die Kiste rein. Kannst du... äh, siehst du das? Äh, geh mal raus. Nee. Nee? Schade. Irgendwie nicht. Also Multiplayer müssen sie definitiv noch arbeiten hier. Schwachleistung. Aber easy das machen wir. Ne, Platte. So. Ähm. Ja, wird auch gleich wieder Tag. Glaub ich. Hä? Wir haben jetzt grad weggebugt einfach. Ja, das ist auch bisschen verbugt grad noch. Ähm, was ich jetzt aber mach ist, äh, crafting... Crafte das... Und setze es... Und setze es... Und setze es am besten das Itemnet jetzt hin. Ich setze es einfach mal da hin. Jetzt haben wir ein Itemnet. Davon brauchen wir ja ganz viele. Okay. Mh. Haben wir da, easy life. Kannst euch da wieder runter. Was machst du denn? Ich hol mir das Zeug, alter. Hm. Oh, leu. Viel easy mit zu angeln hier. Der kommt jetzt aber grad viel. Hi, kommt, hi, kommt, hi, kommt. Easy life. Ja, äh, Jack, warfiss dich, hör auf uns zu töten. Hm. Mh. Boah, hier kommen die Sachen, alter. Die hol ich mir. So, ähm. Was zu essen bräuch ich mal wieder irgendwie. Dann musst du den Angel craften und dir was fischen. Muss ich mal machen. Muss dich tatsächlich enttäuschen, das kann ich jetzt grad nicht fühlen. Craft. Ich hab ja genug Zeug, so. Ja eben. Bin ich doch auch der Mann. Ein großer Junge geworden, bis du das Zeug selber hast. So. Muss ich irgendwas beachten beim Angeln? Sobald die Angel runter geht, darfst du was rausziehen. Nice. Makrele läuft. Aber wir können uns jetzt, ähm. Was? Hast du dein Zeug jetzt auf dem Cooking-Ding und ich meins, oder? So und der hat ja. Jörg. Ey Jack. Ich fisch den jetzt halt, aber ich schwör. Ich angel den. Ich töte den doch grad. Oh, guck, ich hab den mal ein Stückchen checkt bekommen grad. Hast du? Naja, hab ich... Kann Makrele aufs Check raus. Wahrscheinlich aus seinem Magen raus geangelt. Ach lol, der Wixer hat mich grad an durch mein Item kaputt gemacht, das geht ja gar nicht. Weil man ihn aber nicht schlagen konnte. Weil normalerweise kannst du ihn ja töten. Wenn er da ist. Und das ging aber grad ab. Sad life. Nice. Lecker lecker. Hä? Ich kann es nicht aufheben. Geil. Ey, Jörg war schon wieder am Start, ey. Jack mein ich. Warum hab ich grad Jörg? Ich hab ja grad die ganze Zeit Jörg. Egal. Jörg und Jack. Bei eins. Eine Person. Jörg, ey, ich krieg... Ich krieg das Barrel einfach nicht. Ist ja komplette Verarsche, Alter. Welches Barrel? Ich hab grad eins gefischt und nichts passiert. Nice. Ähm... Nö, find ich nicht cool. Ropes. Äh... Kann ich noch einen alten... Na, Alter. Jetzt hab ich langsam wieder genug Holz, aber ich brauch langsam wieder Leaves. So. Meh. Langsam. Ah, was kann man denn noch langsam craften so? So langsam aber sicher mal. Das find ich halt witzig, dass wir eine Cooking... äh, dass wir die Cooking Station sowas zusammen benutzen können, aber es halt nicht sehen, wenn der andere was drauf hat. Mhm. Aber besser. Als anders. Irgendwie random. Ich find's gut. Ach, ja. Cooles Spiel. Überhaupt nicht. Wo man nichts draufheben kann. Ey, denn... Warum? Warum geht das nicht grad? Ich versteh's nicht. Mal schauen, ob ich was aus den Barrels rausbekomme. Ja, bei mir Standard. Funktioniert alles. Die Netze kann ich aber leeren. Da war grad aber auch nicht drin. Kann ich das Fassi zunächst? Geht nicht. Siehst du das Fassi überhaupt? Das grad an unserer Insel vorbeischwimmt? Nö, bei mir ist da kein Fassi. Scheiße. Gar nicht verbuggt, oder so. Ja, es hat so Forest-mäßig, ne? Huch. Was ist das denn? Was? Dieser Bug grade, alter. Warum, was passiert? Ich drück grad mein... Eins gedrückt. Also ich halte's gedrückt. Und irgendwie ist da so ein Barrel jetzt. Die ganze Zeit rechts vor mir. Oh, what the fuck, alter? Hi Anna. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Stehen bleiben, verdammt. Ja, doch gar nichts. Das kannst du eh nicht holen. Du da. Ups. Du bist ein kleiner Drecksack. Das ist ja irgendwo hinter mir, ich seh das eh nicht. Ja, jetzt bleib mal stehen, Mann. Ah, da vorne ist es wieder. Wie siehst du das hier? Ja, einfach mal stehen bleiben. Hol's dir... Geht nicht, guck, du geh einfach durch. Doch, ich hab's. Hä? Also bei mir ist grad dein Ding einfach durchgegangen. Nein, ich hab den... Ich hab tatsächlich das Fass bekommen gerade. Guck mal, ich... Siehst du, das ist aber noch da. Das ist direkt hinter dir jetzt. Da. Oh, fuck, ich bin down. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin gestorben. Nein. Ja, vielleicht hat's jetzt geresetted mal ein bisschen. Oh nein, das Fass ist immer noch da. Komm schon, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß-Spiel? Kann dein scheiß Hai halt aber nicht töten. Ja, ich kann nichts aufheben. Also, soviel dazu. Ich würd sagen, wir sehen uns im nächsten Video und vielleicht irgendwann mal kommt wieder eine neue Folge von Raft, aber... Ich weiß ja nicht, ob man sowas spielen kann. Also Multiplayer ist schwierig tatsächlich. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, dann lasst ein Abo da. Schaut bei den anderen Videos vorbei. Und wenn wir öfters mal irgendwie was nicht Minecraft-mäßiges spielen wollen, schreibt... Spiele Ideen in die Kommentare. Und... Ja. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.